Hallo liebe Leute, schönen Tag noch heute, euch alle, sicher klar. Ich habe mal eine ganz große Bitte und eine ganz, ganz große Hilfe und eine Frage und eine Feststellung und ein Dankeschön, dass das gemacht wird hier sofort. Ich bin es leid. So, okay, alles klar. Ich versuche mit Humor zu nehmen. So, okay, alles da. Ja, gut, ich singe jetzt auch ein Liedchen dazu. Okay, also, alles klar. Lieber Gott an den Staat, wir sind keine Sklaven. Wir brauchen keinen Lappen. Wir möchten gerne feiern. Wir möchten gerne die Lappen weg haben. Du gehst durch die Stadt, was musst du bezahlen? 50 Euro. Nur, weil du durch die Stadt gehst. Es ist eine Unverschämtheit. Wirklich. Es sind viele Leute, die beschweren sich. Also sehr, sehr viele Leute. Und, ähm, Leute, bitte, bitte, seid alle wieder normal. Wir gehen doch nicht durch die Stadt und müssen 50 Euro zahlen, nur weil wir spazieren gehen. Und nur weil wir einen Lappen tragen. Was ist das? Ist das Blödsinn? Das ist Blödsinn. Okay, gut, alles klar. Gut, ich habe jetzt auch wieder gezahlt. Dankeschön. Und jetzt möchte ich aber nicht mehr, dass das so ist, ja. Wenn ich jetzt meinen Ausweis abgebe, ja, okay. Und ihr versprecht mir, naja, wir machen nichts. Aber dann freut ihr euch, dass wir dann wieder Geld zahlen. Nein, das ist nicht schön, ehrlich nicht. Also gut, komm. Also bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, dass es wieder normal zugeht im Leben. Äh, bitte, ja. Leute, überlegt doch mal selber, was man hier macht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt reinsetzen soll. Naja, okay. Gut, ähm, ach, hören wir auf. Ich glaube, ich sing mal da drauf los. Und was Schönes dazu. Ja, also. Ich sage schon mal jetzt danke, dass ihr damit aufhört. Ja, 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 ja. Ich gehe durch die Stadt und tue und zahle für nichts. Ich mache Musik hier, bezahle für nichts. Und dann gehe ich zum Konserv, dann muss ich noch die Lache tragen. Traurig, 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 aber wahr. Die Stadt freut sich und lacht uns aus, dass wir so doof sind. Die Stadt lacht uns aus, da klar, dass wir hier ja so doof sind. Die Träser lachen, ich, da, ja, da kommt die Polizei an und sagt, Ura, und wir denken alle immer ja. Ach, wir machen mit, das ist doch wunderbar. Ob, egal, wo du Deutscher bist. Ob, egal, egal, na klar. Und Deutschland macht das, weil es ja. Und denkt, und denkt, es ist wunderbar. Ach, wir haben mehr gesagt, Ura. Jetzt bitte lass es doch mal sein, weil ja. Sag doch einfach mit. Seid normal. Zu uns alle, ist doch wirklich wahr. Du, es ist nicht wichtig, das Geld, nein, 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 nein. Die Freundschaft und die Liebe, die muss wirklich sein. Ja, okay, aber bitte, 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 nochmal. Wir möchten nur Freiheit. Ich glaube, das ist jetzt angekommen. Mehr kann man ja nicht machen. Zahlen sollen wir ja so alle. Aber ich bin total dagegen, was ihr mit uns macht. Total dagegen. Okay, es sind jetzt viele Leute, die sich hier wieder aufregen. Es gibt jetzt viele Leute, die sagen jetzt, ach, gut, dass du das gesagt hast. Ich weiß, ich habe es jetzt reingesetzt. Ich überlege es mir jetzt noch, ob ich es wirklich reinsetze. Na gut, dann sage ich mal. Toi, toi, toi. Bitte, bitte, bitte. Nochmal. Bitte. Bitte, macht das, dass das jetzt wieder alles, alles, alles in Ordnung ist. An den Gericht, meine ich jetzt, dass ihr jetzt so schlau seid. Und jetzt hört auf, bitte, bitte. Damit, dass wir wieder feiern können, Musik machen können, ohne Lappen. Dass die ganzen Lappen wegkommen. Und dass wir wieder ein normales Leben haben. Und dann ist gut. Okay. So. Gut, jetzt. Jetzt bin ich an Überlegen, ob ich es wirklich reinsetze. Okay.